Oh cool, danke. Nein! Jetzt hab ich gar keine mehr. Ich hab noch eine zweite. Ja, ich hab eine Diamantspitzsage noch, aber ich hab keinen Bock die dafür zu verbrauchen. Das ist meine hier, geh weg. Loh! Nein! Ah, da hinten geht's raus. Oh, Alter. Wo ist denn der Raum? Hau ab! Hey, Kuh! Hi! Bam! Och, Herr, wie sich das gerade angehört hat. Ey, wer schießt da? Wer hat da einen Bogen? Ich hab keinen Bogen. Nona? Ja. Ja! 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 Kann mein Hund bitte leise sein? Nope. Guck mal, ich helfe dir jetzt. Das ist nett von dir. Alter, was hat mein Hund da jetzt gerade für Anfälle? Hört ihr das nicht? Mann! Nona! Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Du warst ein Schadenschütze. Nö, ich bin das nicht. Lobos, sie stecken nur lauter Feuille hier. Alter! Töte die Schlampe, töte sie! Wo steckst du denn? Ja, ich seh dich ja selber nicht. Das ist das Schöne. Ich hab mir einmal geguckt, wo du vorher warst. Dann hab ich das nicht geschossen. I can't believe that. Oh, oh, oh. Ach, Vini will... Den hab ich ganz vergessen hier. Den guten Herr von Musikbot. Ich dödel, ey. Den vergesse ich jedes Mal. Du kannst du nachts schlafen. Ja, leck mir meinen Hoden. Was? Ja, ich wollte in mein Bett reingehen. Du wolltest gemütlich haben, aber nein, 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 nein. Ich darf nicht. Ich brauche nur ein Buch. Wie hoch? Wie hoch? Wie hoch? Wie hoch? Ähm, ja, ja, hinten muss das... Hä? So hoch? Ja, so hoch muss das auf jeden Fall hier. Also du musst ja gucken wegen den Treppenabstufungen hier, ne? Ne, warte, warte, nicht. Ach so, ah, ja, 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 ja. Warte, warte. Alter, es war schon ein Enderman, der hier die Erde geklaut hat. Warte, warte, du, 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 du. Warte, 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 du, du, du. Nee, es war eben schon weg, bevor Jonah hier gewesen ist. Warte, warte, du, 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 du. Warte, 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 warte. Du bist ein Affe, hier. Äh, warte, 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 warte. Du bist ein Affe, hier. Jetzt hat er mich hier zugebaut. Äh, warte, wo viel kommt's? Das ist zu hoch, ja. Dann mach ich das auch aus Glas. Das geht doch nicht, jungens. Weil da kommt das Wasser rein, richtig. Richtig. Nee, scheiße, das muss ein Zöja, das muss, dachte. Wenn das runter... Ja. Toll, lädt mich. Drei ganze Bücherregale. Äh, wir hatten auch noch Bücher mitgebracht. Irgendwie ist auch der Musik-Wort-Cloud. Kannst du ein bisschen leiser machen? Nee, ich hab ja noch ein Prozent. Mach ihn selber leiser. Eben, mach ihn selber leiser. Habe ich doch schon. Mein leiser. Bra. Ja, mir geht's. Brauch aber heute nicht, Bücher. Hat er den Schlauch minus zwei? Guck, mir ist 20. Ja, ich muss ja jetzt überlegen, ne? Ja, fünfter. Ja, ich hab ihn geduldet. Du bist doch doof. Wenn jetzt hier das Wasser... Ach, scheiße. Ja. Da kommt das Wasser hin, auf diese Höhe. Ja. Ach, Jonah. Ja. Nicht jetzt. Warte, Jonah, ist noch... Mann, dann. Alter, Manu. Jetzt hat er sie vorgekriegt. Nee, jetzt nervt es. Ja, okay. Ja, okay, ja, okay. Ha, ich hab sogar ein Glas dabei. Bam. Jo. Mach's nächster. Längst ziehen, oder? Muss ich jetzt mal gucken, wie ich hier wieder hochkomme, Vogel. Oh, Glas. Danke. Nein. Ah, doch. Yves, komm mal, ich hab was. Guck mal nach. Alter, ich hab jetzt... Oh! Ohne Scheiß, ne? Nee, jetzt bin ich rasiert. Ich wusste, wieso bist du denn gestorben? Weil ich nur zwei Herzen hatte, weil Manu mich vorher schon geboxt. Ja, das wusste ich doch nicht. Dann lass das doch einfach sein. Dann lass das doch einfach sein. Dann hab ich auch... Jetzt hab ich auch einen Key-Open gewesen. Den Strich krieg ich aber nicht. Schöner macht garantiert so fünf Striche. Ich hab grad fünf Striche gemacht. So, ähm, ich einen hier längst ziehen, oder? Also, zack, zack, zack. Yves, du musst mir sagen, wie ich das machen soll. Ja, ist doch richtig. Du hast schon was gesagt, Mann. Das wird gar nicht. Halt die Fresse jetzt. Hm. Ich weiß... Jonah? Ich weiß genau, was du was machst. Okay. Hä? Hehehe. 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 Hobahobahobahopp. Hop. 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 LaliLuuu. Das mach ich erst mal den Boden unten ein. Der Mann im Mond schaut zu. LaliLuuu. meine mon schau zu er hat der mutter schon auch zu ja genauso nein 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 ich nicht ich nicht jetzt macht er diesen scheiß ofen wie soll ich im boden machen mach einfach alles aus kabel oder unten ist mir scheißegal jetzt ne ist scheiße kabel dann halt nicht aus kabel hey johnny boy da machst du jetzt hier bitte dass das ding hin ja ich habe eine bootstabkeitspitzhacke ich kann die dinge auf die abbauen du darfst mal holz holen doch los bimbo lauf hier so noch holz nein der unterste kiste ja wer bauten da unten der kiste hin die war da schon nein alter irgendeiner von euch kackspaten hat da die die kiste auf dem boden gebaut dann wollte ich da ganz normal den boden halt einen höher setzen und ich habe die truen gebaut haben weil also das war halt zu voll und ich wollte ihn nicht abbauen schlafen 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 ob er überhaupt kam er schon ein alter schlafen ja sofort komm komm her hier lecker lecker essen komm her komm her komm her komm her ja ihr seid so perverse schweine jungen ja hallo 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 so hier sind ja noch mehr wunderschöne wasser mit oben also damit meine zucker und bis wann kommt bis wieviel kann man jetzt verzaubern hast du eigentlich dein mutter gefunden du verzauberst du verzauberst jetzt deine waffe hatte ich nicht vor weil ich die weil eine grundregel jetzt man verzaubert nur noch bücher weil dann weißt du dann weißt du schon vorher was du da drauf hast ich habe jetzt schon drei ich habe jetzt drei bücher mit einmal federfall 2 stärke 2 und schärfe 1 und federfall 1 ok jetzt bauen wir hier den hallo ja ich brauche dafür ok so und ich würde jetzt mal den boden ich muss hier den boden ausschaufeln ist es letztens eigentlich auch machen können also ganz geheim aber nachher heißt es sehr sehr geiler cheater eh man aber die abo zahlen heute oder von 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 183 auf 180 ja aber ich glaube habe ich ja auch schon geschrieben ich glaube das hängt ja wirklich damit zusammen äh bei uns momentan ist das ja auch so bei youtube löscht momentan halt wieder ein paar inaktive abonnenten und wieder halt accounts allgemein und ähm dann ist halt klar ne alter wieso ist hier unten eine fledermaus sehr geile fledermaus ne oh ja weil es ja gleich den kopf ab ii ii das ist ja niedlich dann mache ich einen auf ozzy osbourne ja ok ok ich hätte das auch mal gemacht ja ich weiß hui äh jona du hast jetzt gerade das ganze holster verbraten ne 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 das habe ich noch ja toll das holster will ich nicht soll man nicht mal ganz spontan für die nächsten nach der pause ähm gucken dass wir einen kriegen der uns hier so ein bisschen hilft äh ich ich wenn du an den denkst den an den ich gerade denke äh weil so so spontan ja das wäre also wenn wenn das jetzt der ist wo du dran denkst dann ja wenn du denkst was ich gerade denke dass du denkst was ich gerade denke wenn du das denkst dann ja wir können ihn ja gleich mal anschreiben äh ja können wir machen aber das denn gerade aber auch nur wenn du das wirklich auch denkst ja ja also das ich denke ist das was du denkst aber woher willst du wissen dass du denkst was ich denke ich meine es könnte auch sein dass du was anderes denkst was ich gar nicht denke aber du denkst dass du es denkst weil ich es nämlich auch denke also ich glaube schon dass ich denke das was du denkst und dass du denkst das was ich denke okay es wäre wirklich die einzigste der spontan sein würde sei froh ich hab dich mit einem trichter gehauen das hat sicher noch niemand in deinem leben gemacht nein bisher nicht nein bisher nicht allein diese lache alter ja sehr geil hoppa 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 hopp ja ja du hoppa hoppa der stöhnen aber ich fand wolltest du mit die pause machen ach wie lange nehmen wir schon auf eine stunde oh wie süß wir können ja noch eine Folge jetzt dranhängen und dann einer geht noch einer geht noch einer geht noch so ich brauche Holz ich glaube das wäre ganz gut die Idee ist gar nicht mal schlecht ich hab noch mehr Holz ja ich komm zurück aber auch das was ich brauche ja sehr sehr geile Sache sehr sehr geil das reicht aber nicht ich will jetzt wieder ich brauch's doch nö jetzt brauchst du es jetzt zu spät ja du bist der erste der auch noch mit einem Eisenblock auf die Pause geht ach jetzt hat der Maul bis zum nächsten Mal